Das ist Hanna. Hanna ist ungelogen immer ohne Schuhe unterwegs und ist unglaublich interessiert einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Lebensweise. Deshalb sind sie uns heute mit zum Einkaufen. Das ist übrigens Susanne. Hier gehört der Lauf. Hier findet man unzählige Bioprodukte, die fast alle regional und saisonal angebaut und fair gehandelt wurden. Das Einkaufen ist unkompliziert. Zuerst wiegt Hanna ihre mitgebrachten Gefäße. Die Auswahl ist unendlich. Von Obst und Gemüse über Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte bis hin zu Milch gibt es alles. Hanna sei nicht so unentschlossen. Nachdem sie sich entschieden hat, befüllt Hanna ihre Gläser. Ups, da ist aber jemand ungeschickt. Sie kann sich genau die Menge abfüllen, die sie braucht. Sogar Seife, Öle und Limonade sind erhältlich. Auch frisches Brot findet man hier. Hat Hanna ihren Einkauf dann komplett, werden ihre Behälter samt Inhalt gewogen und bezahlt. Unter dem Strich zahlt sie also nur das, was sie auch selbst eingeführt hat. Tschüss Hanna, bis zum nächsten Mal. Hanna ist vieles. Unentschlossen, ungeschickt, unterhaltsam und sie kauft immer unverpackt.